Hallo zusammen, ich bin Marco von nobletanne.de und heute haben wir wieder einen künstlichen Wandertraumtest für euch und zwar testen wir heute die Fairy Trees Nordmann Tanne. Ihr erfahrt in diesem Video alles zur Dichtigkeit des Zangenkleides, ob sie wie echt aussieht, erfahrt ihr natürlich auch, wie es um die Qualität der Nordmann Tanne von Fairy Trees bestellt ist. Wir haben ein paar Aufbautipps für euch und außerdem seht ihr am Ende des Videos, wie die Tanne geschmückt aussieht, damit ihr euch auch vorstellen könnt, wie sie bei euch zu Hause aussehen könnte. Und dann kurz zu den Eigenschaften, das ist wie gesagt eine Nordmann Tanne und so wie es von den Produktbildern her bisher aussieht, will Fairy Trees auch wirklich eine echte Nordmann Tanne da eben imitieren. Wir haben da eben so stufige Astkränze, also mal längere Astkränze und dann mal wieder kürzere, so wie Nordmann dann eben häufig aussehen. Es gibt auch andere Modelle, zum Beispiel eine bayerische Tanne oder auch Fichten, also da hat Fairy Trees durchaus so ein bisschen Sortiment und versucht da auch auf jeden Fall gewisse Baumachen zu imitieren. Wir haben hier jetzt einen unteren Durchmesser von 1,40 Meter bei dem Baum, ist also recht voluminös, bei einer Größe von 1,80 Meter, die wir jetzt hier auch haben. Und bei 1,80 Meter haben wir hier auch 636 Spitzen. Es gibt den Baum aber auch in 1,50 Meter und 2,20 Meter, aber seid ihr noch ein bisschen flexibel, welche Größe euch da am besten gefällt. Aufgebaut wird dann im Stecksystem, also wir haben verschiedene Baumteile, die wir zusammenstecken. Ich weiß jetzt im Moment noch nicht, ob es 2 oder 3 sind, das sehen wir dann gleich, wenn wir den Baum aufbauen. Und genau, wir haben den Baum hier auch 100% PVC, also hier ist kein Spritzguss dran, ist er auch ein günstigerer Baum, also der mittlere Preissegment vielleicht, würde ich sagen. Also rein PVC. Das muss aber natürlich jetzt nicht unbedingt schlecht sein, auch wenn Spritzguss immer das Beste ist, was man so kriegen kann meistens. Inbegriffen ist es aus dem Holzständer und auch Handschuhe zum Aufbau. Und abgesehen davon ist die Fabry-Resort-Mantanne, die wir heute testen, schwer entflammbar. Außer natürlich allergierfreundlich im Vergleich zu echten Bäumen, weil echte Bäume beinhalten häufig Schimmelpilze, vielleicht nicht häufig, aber es kann halt eben vorkommen, viele Insekten und unter anderem eben auch ätherische Öle, auf die manche Menschen allergisch reagieren. Das haben wir natürlich alles hier bei einer Kunststanne aus Kunststoff nicht. Und damit würden wir jetzt sagen, fangen wir gleich mit dem Aufbau an. Aber vorher noch, kurz die Bitte von uns, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Video hier leiten würdet, am besten auch unseren Channel abonniert, das würde uns auch sehr weiterhelfen. Und wenn ihr mögt, auch einen Kommentar schreibt mit euren Gedanken zu der Fabry-Resort-Mantanne oder eben zum Video an sich. Und abgesehen davon, falls ihr euch für den Kauf der Tanne entscheiden solltet, dann macht das auch sehr gerne über einen der Links aus der Videobeschreibung oder auch auf unserer Seite auf noblatanne.de. Da gibt es auch Testberichte zu den Bäumen entsprechend mit Fotos und auch Empfehlungen zu Lichterketten und Zubehör wie eine Aufbewahrungstasche und so weiter. Da oben wir auch noch mal reingucken und daneben gerne über den Link kaufen, dann kriegen wir eine Provision. Das kostet euch natürlich aber keinen Cent extra, würde uns aber sehr helfen, weil wir die meisten Bäume, wie auch hier die Nordmantanne, eben auch selber kaufen. Und das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Und jetzt geht's los. Dann wollen wir die ganzen Teile mal auspacken und uns das erst mal anschauen. Ich finde hier immer sehr spannend, weil man schon beim Auspacken den ersten Eindruck von der Qualität des Bauers bekommt. Hier ist in einem Tütchen. Ich habe schon in der Beschreibung bei Amazon gelesen, dass hier Schrauben für die Montage hier des Holzständers mit drin sind. Und eben auch Handschuhe, habe ich ja eben schon gesagt. Das ist auch immer ganz nett. Die Nadeln sind zwar hier nicht wirklich pieksig, ein bisschen vielleicht, aber nicht so, dass es einen wirklich stören würde. Aber es ist trotzdem mit Handschuhen immer wesentlich angenehmer, daran zu zupfen. Also da packt man schon noch mal durchaus ein bisschen beherzt dazu. So, hier haben wir dann, wie gesagt, die Montageteile für den Holzständer. Gucken wir uns gleich an. Was haben wir hier noch? Merry Christmas! Wir möchten, dass sie ein besinnlichstes und frohes Weihnachtsfest verbringen und hoffen, dass wir mit der Lieferung des wunderschönen Weihnachtsbaums beitragen können. Ja, es ist ein netter Gruße noch mal mit drin. Dann noch eine Montageanleitung. Ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, denn wir machen es gleich ja sowieso. Also gucken wir uns das mal genauer an. Und dann ist hier noch mal ein Gewinnspiel mit drin, das uns jetzt hier gerade nicht weiter interessieren soll. Hier, wie gesagt, die Teile für den Holzständer, die wir gleich miteinander montieren werden. So nehme ich an. Gucken wir uns gleich an. Ne, wahrscheinlich. Ja, gucken wir uns gleich an. Ja. Und dann hier der erste Baumteil. Was mir auf jeden Fall schon mal auffällt, ist, wir haben jetzt die Tage auch einen günstigeren Baum getestet, den ES-Trade HXT 1901, hieß er, glaube ich. Der kostet 90 Euro, der hier jetzt so um die 170 Euro. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick direkt schon, finde ich, wesentlich wertiger aus. Nadeln hier oder die ES-Trade haben auf jeden Fall noch mal schon mal ein bisschen mehr Volumen. Und ich finde das hier sehr schön, wie die es gemacht haben hier mit dem Braun hier. Also es gibt hier so ganz kleine braune PVC-Nädelchen, die eben dann so ein bisschen, ja, die Bräune eines Astes imitieren sollen. Und das gelingt auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also erster Eindruck ist im Moment nicht so übel. Da dieser Baumteil hier recht groß ist, dürfte das der untere Baumteil sein. Und hier ist der obere. Wir haben also dementsprechend zwei Baumteile. Hier ist noch ein Schildchen dran. Das Empfehlen dieses Siegels bedeutet, dass dir der Baum gefällt und du ihn nicht zurücksenden möchtest. Okay. So, dann haben wir alle Teile ausgepackt. Das war's auch schon. So können wir uns jetzt angucken, wie wir den Ständer mit hier zusammenbauen. So, verbinden Sie die Standfußelemente mit so miteinander, dass die Metallbasis der Schraube darunter liegt. Das fangen wir so. Könnte gut sein. Ja, macht vielleicht auch mehr Sinn. Ja, so ist vielleicht besser. So, und dann wie ich alle in den Bildern hier sehen kann, macht man hier dieses Scheibchen drauf. So, und die Mutter drehen wir hier auf den unteren Baumteil. Und dann haben wir hier noch Filz dran, den wir hier unten dran kleben müssen. Und wohl den Boden ein bisschen zu schonen, finde ich jetzt auch keine schlechte Sache, dass das hier direkt mit dabei ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel Parkettböden haben, dann schrubbt auch nicht Holz auf Holz zum Beispiel. So, und dann sieht es so aus, als ob wir jetzt den ersten Baumteil hier entsprechend reinschrauben. dann schrubbt auch noch so aus. So, ich meine, So, das war der erste Aufbau des Ständers mit dem ersten Teil. Dann bin ich mal gespannt, wie die Fairies hier weiter vorgeht. Stellen Sie den Weihnachtsbaum auf den Boden, richten Sie die Äste Stockwerk für Stockwerk aus. Der Weihnachtsbaum gewinnt an Volumen, wenn Sie die Zweige in verschiedenen Positionen bringen. Sie schreiben auch, dass man den einen mal 90 Grad Winkel biegt, den anderen mal 110 Grad Winkel. Da kann man ein bisschen flexibel sein und dann kriegt man auch ein dichtes Bild hin. Aber das, was jetzt kommt, ist ziemlich Standard. Was auf jeden Fall wichtig ist, jetzt fangen wir an, die Äste auseinander zu zupfen, dass wir von unten nach oben anfangen. Wir wiegen jetzt zuerst die unteren Äste nach unten. Viele machen das eben so, es gibt hier teilweise auch ein Klappsystem, die klappen direkt alle Äste aus. Und das Problem ist, wenn wir dann hier unten zupfen, gerade bei so Bäumen, die einen unteren Durchmesser von 1,40 haben, ist ja schon ziemlich viel, sehr voluminös. Und wenn jetzt hier schon alles auch ausgeklappt ist, dann können wir hier nicht mehr so gut dran arbeiten. Also es ist schon sinnvoll, dass wir unten anfangen und auch erst die unteren Astgrenze ausklappen und dann mit dem Zupfen beginnen. Und dann noch ein Tipp von uns, den haben wir von den Hallerts-Wandertsbäumen. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, dass man die ersten Äste hier so sternförmig nach oben biegt. Denn der Stamm ist ja immer grün oder fast immer grün, manchmal auch, bei manchen auch braun. Aber es sieht nie so wirklich schön aus. Und wenn wir die ersten Äste hier unten eben so nach oben biegen, dann verdecken wir nachher die Sicht auf den Stamm und dann sieht man vom Stamm nachher gar nichts mehr. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, das empfehlen wir euch genauso zu machen. So, und dann geht jetzt das Gezupfe los. Wir zupfen also hier einfach oder biegen eher die Äste alle auseinander, um dann entsprechend nachher ein schönes Bild hinzukriegen. Also man kann direkt zu Beginn auch schon einige Äste so ein bisschen auch nach oben biegen, damit wir nachher ein fülliges Bild kriegen. Das mache ich meistens nicht, weil ich so intuitiv immer alles fix auseinander zupfe, aber dann muss man hinterher entsprechend auch mehr Feintuning betreiben. Also am besten ist es, wenn man es direkt von Anfang an mitmacht. So, wir haben jetzt gerade das gute Bild. zurechtzupfen gesehen und als die Kamera aus war, haben wir zu zweit nochmal das Feintuning gemacht. Das müssen wir immer noch mal machen, denn wir müssen nach dem groben zurechtzupfen immer noch mal ein paar Meter weg gehen, gucken wo sind noch Lücken und dann eben Lücken ausmerzen und nochmal hier und da zurechtbiegen. Das haben wir jetzt gemacht. Ich habe ja gesagt, während oder vor dem Aufbau, dass wir am besten sternförmig ganz innen die Zweige aufbiegen, um den Stamm zu verdecken. Das können wir natürlich jetzt hier im oberen Bereich uns nicht mal leisten, weil hier die Äste immer kürzer werden. Deswegen habe ich das hier irgendwann nicht mehr gemacht. Aber der Stamm ist, sollte ich seinen recht ähnlichen Grüntun haben, auch nicht so auffällig. Also würde ich sagen, das ist eigentlich ganz okay und wir würden eigentlich sagen, dass das Tankleid soweit eigentlich recht dicht ist. Also beim Aufbau habe ich erst gedacht, na bei 600, was waren da, 640 Zweigen oder so. Ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr ganz genau irgendwas mit 600. Ich habe gedacht, okay, es sind nicht so viele Zweige, die ich hier eigentlich gerade biege. Ich denke mal, die Fülligkeit bekommen wir hier dann dementsprechend hin, weil wir nämlich die Nadeln hier recht lang sind. Also Fairy Trees selbst schreibt, die wären fünf Zentimeter lang. Wir haben die mal nachgemessen. Also wir haben jetzt keine gefunden, die länger als vier Zentimeter ist. Ich kannte mir vorstellen, dass die Nadeln vielleicht fünf Zentimeter lang sind, aber ein Teil davon vielleicht hier montagebedingt in den Ästen verschwindet oder so. Auf jeden Fall sind es dann für uns eher vier Zentimeter lange Nadeln, was aber jetzt nicht das Problem ist. Also ich habe gerade auch Nadeln gesagt, nicht Zweige, oder? Naja, auf jeden Fall die Zweige waren gerade gemeint mit der fünf Zentimeter Länge. Und ja, trotzdem würde ich sagen, bekommen wir hier ein recht buschiges Bild hin. Was wir sagen müssen, ja, dieser Faktor jetzt wie echt, also was wir gut finden an dem Echtheitsfaktor ist eben hier das Braune an den Ästen, habe ich aus der Ferne zumindest, und da eben dann die grünen Nadeln rauswachsen. Wenn man näher rankommt, sieht man natürlich immer sofort, dass es ein PVC-Baum ist. Also PVC hat ja immer eher diese streifenartigen Nadeln anstatt bei Spritzguss eben diese richtig schön gebogenen, die wirklich wie echt aussehen. Aus der Ferne aber finde ich das Bild eigentlich sehr, sehr gut. Mit einer kleinen, also ja, ein Punkt, wo man PVC-Baume immer erkennt, ist, sie glänzen ziemlich stark. Und das machen echte Bäume und auch Spritzguss-Baume eben nicht. Wir haben hier so einen ziemlichen Glanz. Das würde also aus der Ferne auffallen, für den er sich jetzt auskennt mit Tannen. Und der letzte Punkt ist noch zum Thema Echtheitsfaktor. Ich habe ja vorher gesagt, das ist hier eine Nordmann-Tanne, die ja sich auszeichnet durch die Stufigkeit. Wir haben hier mal längere Astgrenze, mal wieder kürzere und wieder längere und wieder kürzere. Das haben wir hier ansatzweise auch, aber ich habe es mir noch ein bisschen mehr vorgestellt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es unser Zupftechnik liegt. Ich glaube eigentlich nicht, weil die eigentlich alle recht gut auseinandergezogen sind, hier die Äste. Aber auf den Produktbildern sieht es dann noch ein bisschen mehr nach Nordmann-Tanne auf. Aber das ist jetzt auch auf hohem Niveau gemerkt, für 170 Euro, denke ich, ist das trotzdem ein ganz gutes Ergebnis soweit. Und ja, damit ihr euch das gleich vorstellen könnt, also wir haben hier noch so ein paar kleine Lücken. Ich weiß nicht, ob die jetzt durch extra Feintuning noch halten, ausgemerzt werden können. In jedem Fall, wenn wir den Baum jetzt gleich schmücken, dann werden wir gleich auf dem Fall auch nicht mehr sehen und dann schauen wir uns mal an, wie das gleich aussehen kann. Wie ihr seht, sind wir mit dem Schmücken. Der Fairy-Tree ist momentan ja jetzt fertig und wir sind eigentlich auch mit dem Begibli sehr zufrieden. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass es noch hier und da so kleine Lücken gibt, aber es war auch schon auf hohem Niveau gemeckert. Und jetzt, wo der Baum geschmückt ist, das ist sowieso immer so der Punkt. Leute beschweren sich häufig, wenn sie den gerade zurecht gebogen haben. Er ist nicht so ganz dicht. Aber wenn er erstmal dann geschmückt ist, dann sind auch, ja, so ziemlich alle Lücken in diesem Fall jetzt hier zumindest ausgemerzt. Und ja, dann mal zur Schmückbarkeit der Tanne. Also ich habe auch vorhin schon gesagt, dass diese hier einen wertigeren Eindruck macht, als zum Beispiel die HXC19001 von der S-Tree, die wir getestet haben. Und bei dieser waren auch die Drähte wesentlich dünner. Und da waren auch viele Drähte schon oder viele Äste schon in sich gebogen. Also ich meine jetzt mit den Drähte in den Ästen. Da sind ja drähte drin, damit wir die eben auch biegen können. Die waren oft auch in sich gebogen. Und da habe ich schon gedacht, okay, ich glaube, das ist ein dünner Draht. Und auch beim Schmücken, wenn man da schweren Schmuck dran hängt, wie schwere Tannenzapfen oder batteriebetriebene Kerzen oder auch unsere Hutschenreuter Weihnachtsglocke, die wir hier haben, die haben sich dann schon ziemlich stark nach unten gebogen. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Also schon beim Zurechtbiegen habe ich gedacht, das macht einen stabilen Eindruck hier. Und so ist es auch. Also wie ihr hier sehen könnt, hier lässt sich auch schwerer Schmuck problemlos dranhängen. Ist also damit eine sehr flexible Tanne, an der ihr wirklich eigentlich alles Übliche hängen könnt. Dann wie immer zum Nadelverlust. Die Fairbages Nomantane hat schon viele Nadeln verloren. Also es ist halt immer generell so ein Problem, dass eher die PVC-Bäume haben, dass beim Zurechtschmücken und so weiter oder Zurechtbiegen und Schmücken viele Nadeln runterfallen. Und entsprechend haben wir hier auch einiges gehabt. Blenden wir jetzt auch hier auch mal ein. Es ist jetzt nicht übermäßig viel gewesen. Es geht auf jeden Fall auch noch mehr. Es geht aber auf jeden Fall auch weniger. Ich denke aber, dass die Bäume wahrscheinlich in den ersten ein, zwei Jahren, wenn man dran zupft, am meisten Nadeln verlieren, das dann stetig abnimmt. Weil ja nach der Produktion wahrscheinlich noch diverse Nadeln hat vielleicht nicht so feste, wie sie sein müssen. Die fallen dann ab und dann wird es wahrscheinlich auch immer weniger. Trotzdem eben haben wir hier einen ganz guten Nadelverlust, den wir bei Stridschlussbäumen nicht haben. Naja, wie dem auch sei, das ist der nächste Punkt, bevor wir zum Fahrzeug übergehen, ist dann noch das Nachmessen. Denn wir lesen immer wieder in Amazon-Bewertungen, dass die Bäume gar nicht so groß wie versprochen wurde. Und dieser hier soll jetzt 1,80 Meter hoch sein. Das messen wir natürlich auch nach. Ist vielleicht doch ziemlich deutsch, dass man das hier so nachmisst, aber Ordnung muss ja auch sein. Man möchte ja auch kriegen, was man bezahlt. Und wir sehen hier, hier ist jetzt 1,80 Meter und die hat der Baum auch. Also ist auch noch zwei, drei Zentimeter vielleicht größer. Dementsprechend können wir uns hier auf jeden Fall nicht beschweren. Wir kriegen hier auch das, was wir bezahlen. Und damit sind wir auch beim Fazit angelangt, die abschließende Frage, ob wir euch die Fabry-Sommer-Tanne empfehlen können. Und wir würden sagen, können wir auf jeden Fall. Also wer jetzt nicht Andi 300 Euro ausgeben möchte für einen richtig guten Spritzgussbaum, das möchte ja auch nicht jeder. Da kriegen wir natürlich in Sachen Echtheit nochmal ein bisschen was mehr, keine Frage. Aber wir zahlen hier entsprechend auch 170 Euro und für das Geld sind wir mit der Fabry-Sommer-Tanne Andi auch ganz zufrieden. Also die Äste und Zweige, die machen hier und auch die Nadeln machen hier einen recht wertigen Eindruck. Und wir haben hier auch ein relativ, also so gut wie es nun mal geht bei PVC, ein relativ naturtreues Bild. Dadurch, dass wir halt hier an den Ästen so winzig kleine braune PVC-Streifen haben, das imitiert eben dann wirklich auch den braunen Ast, aus dem dann eben die grünen Nadeln herauswachsen. Das finden wir ganz gut. Trotzdem natürlich muss man sagen, ein PVC-Baum, also PVC glänzt eben immer, wenn er angestrahlt wird. Und dementsprechend aus der Ferne wird man auch am Glänzen vielleicht immer als erstes erkennen, wer sich mit Nadeln, mit Bäumen auskennt, dass er eventuell nicht echt sein könnte. Ansonsten sieht er aus der Ferne eigentlich ganz realistisch aus. Auch geschmückt eben, macht ein sehr gutes Bild. Aus der Nähe sieht man natürlich bei PVC-Baumen immer, dass sie nicht echt sind. Aber wer steht schon immer so nah an seinem Baum? Das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir vernachlässigen können. Und damit müssen wir sagen, wir sind nicht recht zufrieden. Also wir haben ein richtiges Tankleid. Wir haben hier eine wertige Verarbeitung mit guter Qualität. Wir haben einen schönen Holzständer. Wir haben zwar nur 6,36 Spitzen, was bei 1,80 eigentlich ein bisschen wenig ist. Aber dafür sind die Nadeln auch recht lang. Also es wird ja von 5 cm gesprochen. Es sind letztendlich 4 cm. Ich weiß nicht, wie die auf 5 kommen. Vielleicht verschwindet ein Teil davon irgendwie produktionsbedingt im Ast selber. Auf jeden Fall kriegen wir dadurch eben dann ein ganz buschiges Bild hin. Wir haben eine schwere Tanne, die alleica-freundlich ist. Wir haben mal Handschuhe zur Montage dabei. Und die ist auch sehr gut gelungen. Wir haben auch die Größen 1,50,2,20 m im Angebot. Für die, die halt 1,80 nicht möchten, lieber kleiner oder größer. Ist also für jeden was mit dabei. Dementsprechend das einzige, was noch vielleicht zu bemängeln wäre, wenn man jetzt wollte, ist, dass wir jetzt nicht so den 100% Nordmantan-Flair haben. Also wir haben nicht so die starken, stufigen Astgrenze, die mal eben hier ausgeladen haben, wie der Kütter sind. Das ist jetzt zwar angedeutet so, aber nicht hundertprozentig. Aber das ist, wie gesagt, auf hohem Niveau gemeckert. Und damit sind wir eigentlich recht zufrieden. Können euch den Kauf der Fairies Nordmantan-Tanne empfehlen. Wenn ihr die kaufen möchtet, dann macht das doch gerne über einen der Links aus der Videobeschreibung oder auch eben aus dem Testbericht auf nobletante.de. In dem Testbericht findet ihr auch nochmal Empfehlungen zu Lichterketten und Zubehör für die Fairies Nordmantan-Tanne. Gerne auch das Video liked und wenn ihr mögt auch den Channel abonniert. Würde uns auch sehr weiterhelfen. Damit hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal.